Heute suche ich in einem sauren Buchenmischwald nach Speisepilzen und anderen interessanten Pilzarten. Unter einigen Buchen lässt sich die erste essbare Art für heute finden. Hier wächst der Trompetenpfifferling. Hier setzt sich das Vorkommen fort. Daneben auch noch einige ältere Pilze. Wie alle Leistlinge ist auch natürlich das ein Speisepilz. Sein Stiel ist leuchtend gelb gefärbt, der Hut bräunlich und trichterförmig bis genabelt. Auf der Hutunterseite finden sich Leisten, ein sehr wichtiges Merkmal, um ihn beispielsweise von Galertkäppchen abzugrenzen. Wie bei Leistlingen üblich, sind diese gegabelt und weisen Quervernetzungen auf. Meistens ist diese Art, vor allem gegen Ende der Pilzsaison, im Oktober und November in größerer Zahl zu finden. Trompetenpfifferlinge sind sehr gute Speisepilze und vor allem für Risottos oder Sahnesaucen geeignet. Und an dieser Stelle lässt sich eine große Menge davon finden, wofür ich mir auch einige für den Korb mitnehmen werde. Der erste Röhrenpilz für heute ist bereits ein besonderer Fund. Auf diesem grasbewachsenen Waldweg konnte ich den Hasenreuling entdecken. Bisher habe ich diesen seltenen Pilz lediglich zweimal gefunden. Er ist mit dem Kornblumenreuling verwandt, verfärbt sich im Gegensatz zu diesem allerdings nicht bläulich. Die Pilzart besitzt einen bräunlich gefärbten Hut, sowie einen bräunlichen Stiel. Beim größeren Exemplar sind die Röhren leider bereits von Schnecken und Insekten zerfressen. Beim kleineren Pilz daneben, der bereits ebenfalls Regen- und Fraßschäden aufweist, lässt sich die weißliche Röhrenfarbe noch sehr gut erkennen. Wie beim Kornblumenreuling auch, ist der Stiel des Pilzes gekammert. Hasenreulinge gelten zwar als gute Speisepilze, aufgrund ihrer Seltenheit sind sie allerdings schonenswert. Und bei diesen beiden Exemplaren käme ein Verzehr ohnehin nicht mehr in Frage, weswegen ich den Hasenreuling im Wald zurücklassen werde. Es geht weiter mit der ersten giftigen Pilzart für heute, am moosüberwachsenen Stumpf einer alten Fichte. Wächst der geflecktblättrige Flemling, ein unscheinbarer Pilz, der orange bis bräunlich gefärbt ist. Das wichtigste Merkmal findet sich hier allerdings auf der Hutunterseite. Seine Lamellen sind nämlich zweifarbig gefleckt. Zum einen etwas dunklere, rostbraune Farbtöne. Zum anderen etwas hellere, orangefarbene Stellen. Das lässt sich dadurch erklären, dass bei dieser Pilzart die Spuren zu unterschiedlichen Zeitpunkten reifen und das rostbraune Spurenpulver lediglich Teile der Lamelle einfärbt. Und da dieser Pilz, wie bereits erwähnt, eine giftige Art ist, werde ich dieses Büschel zum Ausspuren aufstellen. Und die restlichen Pilze dürfen hier weiter wachsen. Am Wegrand wachsen Flaschenstäublinge, sowohl anhand ihrer Form als auch anhand dieser abwischbaren, pyramidenartigen Stoppeln auf ihrem Hut von anderen Stäublingen zu unterscheiden. Solange der Pilz im Inneren rein weiß gefärbt ist, gilt er als essbar, wenn auch nicht allzu wohlschmeckend. Mit zunehmender Reife nimmt er allerdings zunächst einen gewissen Gelbstich an, verfärbt sich anschließend grünlich und zerfällt letztendlich im Inneren zu einer staubartigen Masse. Das Spurenpulver wird anschließend über den Wind verbreitet. In diesem Zustand ist das natürlich kein Speisepilz mehr, aber da auch die jungen Pilze nicht allzu gut schmecken, werde ich auch diese hier im Wald lassen. Es geht weiter mit dem seitenstieligen Knoblauchschwindling, ein hervorragender Wirtspilz, der neben seinem Knoblauchgeruch auch anhand dieses schwarzen, faserigen und sehr stabilen Stiels erkannt werden kann. Der faserige Stiel ist für Speisezwecke ungeeignet und auch der Hut entfaltet nur in frischer Form seinen vollen Geschmack. Getrocknete Pilze verlieren einen Großteil des Aromas. Seitenstielige Knoblauchschwindlinge sind sehr aromatische Pilze, die man sparsam einsetzen sollte, zumal größere Mengen Verdauungsbeschwerden hervorrufen können. Und diese beiden Hüte nehme ich heute mit. Direkt neben den Schwindlingen habe ich gerade eine stark giftige Pilzart entdeckt, die hier in unterschiedlichen Altersstufen vorkommt. Das ist der rosa Rettichhelmling. Zu erkennen an seinem rosa gefärbten Hut, einem weißlichen Stiel, einem markanten, rettischartigen Geruch, einem gerieften Hutrand, sowie weißlichen bis leicht rosa oder lilafarbenen Lamellen. Dieser Pilz enthält wie Risspilze oder auch giftige Trichterlinge das Nervengift Muskarin, wenn auch in geringerer Konzentration und bleibt natürlich im Wald zurück. Am Wegrand habe ich diese kleine Ansammlung von Schwefelritterlingen entdeckt. Das ist natürlich eine giftige Pilzart, die insbesondere für ihren Geruch bekannt ist. Der Pilz riecht nämlich stechend leuchtgasartig oder metallisch. Auch aufgrund seiner restlichen Merkmale ist er allerdings einfach zu erkennen. Der gesamte Pilz ist nämlich in grün-gelben Farbtönen eingefärbt, sowohl der Hut als auch Stiel und Lamellen. Der einzige Pilz, der dem Schwefelritterling sehr ähnlich sehen kann, ist der Grünling oder echte Ritterling. Ebenfalls ein Giftpilz. Den findet man allerdings unter Kiefern und seine Lamellen stehen gedrängter. Dieses Exemplar stelle ich zum Aussporen auf und die restlichen Pilze lasse ich zum Weiterwachsen hier stehen. An altem Laubholz lässt sich eine weitere, essbare Stäublingsart finden. Das ist der Birnenstäubling. Seine Form ähnelt dem Flaschenstäubling. Er wächst allerdings an Holz, nicht aus dem Boden heraus. Und seine Oberfläche ist weitestgehend glatt, ohne die abreibbaren, pyramidenförmigen Stoppeln. Zudem riecht diese Pilzart leicht leuchtgasartig, also ähnlich wie der Schwefelritterling, nur deutlich milder. Sein Speisewert ist ähnlich zu beurteilen wie der des Flaschenstäublings. Also prinzipiell essbar, solange innen noch rein weiß, allerdings nicht allzu schmackhaft. Und auch diese Pilze lasse ich heute hier. Es geht weiter mit einem Speisepilz, den ich bisher nur sehr selten gefunden habe. An diesem Nadelholzstumpf wächst der rauchblättrige Schwefelkopf. Auch eine Pilzart, die meist gegen Ende der Pilzsaison ab November anzutreffen ist. Sie ähnelt dem grünblättrigen Schwefelkopf. Im Unterschied zu diesem weist sie allerdings keinerlei Grüntöne auf, insbesondere in den Lamellen nicht. Aber auch der restliche Pilz ist eher bräunlich gefärbt. Ein weiterer Unterschied ist der Standort. Der rauchblättrige Schwefelkopf bevorzugt nämlich Nadelholz, während der grünblättrige vorwiegend an Laubholz anzutreffen ist. Dieses Merkmal ist allerdings nicht eindeutig. Und zum anderen ist der Geschmack eine Möglichkeit, die beiden Arten zu unterscheiden. Der rauchblättrige Schwefelkopf schmeckt nämlich angenehm mild, während der grünblättrige einen bitterlichen Geschmack aufweist. Diese Exemplare hier sind noch in einem guten Zustand, weswegen ich sie mitnehmen werde. Und auf der anderen Wegseite lässt sich noch einmal der grünblättrige Schwefelkopf zeigen. Schon von oben sind hier die Grüntöne zu erkennen. Insbesondere auf der Hutunterseite wird der Unterschied allerdings deutlich. Und diese giftige Pilzart bleibt natürlich hier. Auf dem nächsten Fichtenstumpf lässt sich wieder der rauchblättrige Schwefelkopf finden. Und auch hier sind einige verwertbare Exemplare dabei. Mit dem Hasenröhrling ist mir heute wieder einmal ein seltener Fund gelungen. Und auch im Vergleich zu den letzten Wochen sind zur Zeit wieder mehr Pilze im Wald anzutreffen. Mit den Schwefelköpfen und Trompetenpfifferlingen waren heute auch einige Esparaden dabei. Ich komme nun aber zum Ende meiner heutigen Pilzsuche und zum Abschluss natürlich wie gewohnt der Blick in den Pilzkorb. Bis zum nächsten Mal.